Hallihallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Overwatch. Bevor es losgeht, kurze Erklärung. Overwatch ist ein Multiplayer-Ego-Shooter von Blizzard, in welchem ihr innerhalb eines Teams einen Helden mit bestimmten Fähigkeiten steuert. Dabei könnt ihr ganz klassisch zwischen den Rollen Tank, Heal oder Damage-Dealer wählen. Gemeinsam mit bis zu 5 anderen Spielern müsst ihr dann in einer Runde Aufgaben wie das Halten von Kontrollpunkten oder Frachtbeförderungen meistern. Und da geht es natürlich dann immer gegen ein gegnerisches Team. Soweit so gut, hier jetzt mein kleiner Einblick in die Welt von Overwatch. Viel Spaß! Zu Giga-Greevy auf Twitter. Wir freuen uns und guten Prost! Das ist so schlecht hier. So, hier ist eine Telefonzelle, also Doktor Hu, bitteschön an alle Leute, die in der Telefonzelle sind. Oh, die haben jetzt auch eine Mei. Ja, wir haben die ganze Zeit eine Mei. Eine Lin-Mei? Krass am feinen Eins-gegen-eins-Duel hier. Uuuuh, sie macht mich langsam. Oh, da kommt der. Soldier! Nein, hör nicht, warum? Warum stirbst du? Soldier und Mai gegen Soldier und Mai, Mann. Nein, Mann? Alter, der Rewive war gerade... Ja, ja. Ah! Ah! Der Roadhog. Mach ihn weg, Jascha. Mei ist tot. Nein, noch nicht ganz. Nein, ist er nicht. Oh, Achtung, Achtung, Achtung. Also, Mei ist down. Ich bin gerade rausgegangen, Mann. Ich habe rausgecharged. Ich habe gerade... Meine Güte. Ups, Achtung, Achtung, versteck dich. Ja. Ich hab jetzt auch meine Mei. Hab, hab ein Soldier gekillt. Mit einer Rakete. Ich habe meine Ultronomie, sie sind auch noch. Hinter dir, hinter dir. Soll ich meine Ultronomie zünden? Nee. Nee, sonst ist es gerade nicht. Brief mal von hinten. Immer noch. Ja. Mei von hinten, ich bin gleich eingefroren, ich bin eingefroren. Ich bin down, ich bin tot. Ey, ich sammle nur Briefkasten. Sammeln sind alle schon drin, weiss. Achtung. Ich friere mich mal. Obacht, meine Freunde. Boah, ich bin fast tot. Bam, bam, es gibt eine Eierfüllung. Ah, Mann, ey. Oh, nice. Ich glaube, ich bin ein Reaper. Den Reaper-Core kann ich bestätigen. Der wollte gerade Ulti zünden. Da ist immer noch eine Mei. Alle gekillt, alle down. Was sind denn alle? Sollte, er ist oben auf dem Ding. Oh, oh. Jascha, kommst du zurecht? Nö. Doch. Jascha, ich kann nicht ulten. Sehr guter Schuss, Yoda. Von oben ist... Ja, das war kein Sohn-Titler-Schuss eigentlich. Wieso, du hast einen One gehittet? Nö, hab ich nicht. Ich hab ihn ein paar Mal eigentlich. Und da ist immer noch der Schwabbel. Der fette Moppel ist down. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin eingefroren. Nein. Alter, der Heal, ey. Du guckst die ganze Zeit so auf deine Lebensanzeige und denkst so, oh mein Gott, ich schaff's noch, ich schaff's noch. Und dann kommt Reaper und macht nicht Platz. Ulti, jetzt? Nee, jetzt. Jetzt? Ja, jetzt. Achtung, kennt ihr Ulti? Ja, hab ihn. Nice. Gehnt sich down. Nice, Mann. Ah, Reaper ist schon wieder abgehauen, dieser kleine Lümmel. Der ist hier vorne. Ja, ich will ihn gerne töten, aber der fette Moppel ist mir sogar ein bisschen im Weg. May, 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 may. Ja, ich bin auch tot. Krieg Soft Damage, krieg Soft Damage. Nein, 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 ich schaff's euch mit. Fetter Moppel ist down. Ah, rechts ist die May wieder. Ja, May muss die, die geht von hinten an die Healer meistens. Ich bin tot. Wir müssen die irgendwie so ein bisschen. Komm, Yoda, komm her. Ja, du, ich will zum Tritt hinten. Eigentlich gibt es halt nicht, ey. Das ist so. Ja, hast du gerade auf den Ganry geschossen in seiner Reflexionphase? Ja. Föde? Du hast mich fast getötet. Nein, der fette Moppel. Zehn Sekunden noch, Leute. Dann geht ihr ins Auto. Ihr müsst ins Auto. Ja, ich bin am Auto, aber ich bin halt... Ja, ich kann nicht, ich kann nicht. Der Reaper hat mich gekriegt. Ja, perfekt. Danke, danke für die Rewive. So, jetzt hier die beiden. Ich bin eingefroren gleich. Ich bin eingefroren. Ich bin eingefroren. Shit, ey. Kind. Mann. Kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Ich bin gleich da, ich bin gleich da. Ich bin auch gleich da. Yoda, halt einfach irgendwie durch. Als Sniper. Nein, nein. Oh mein Gott, Alter. Stopp. Was war das denn? Wann, 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 wann. Nein. Nein. Da sind doch vier Leute da. Nee, war nicht mehr da. Ja, aber wir sind nicht ans Auto angekommen. Und wenn du nur kurz weg bist, ist es dann irgendwann... Mist. Scheiße. Highlight ist spiel. Hab ich ja dann auch so... Ja, komm, geh doch nach Hause. Uuuuh, ey. Uuuuh. Uuuuh. Als... Oh. Weißt du, er lässt von May alles einfrieren und dann... Dann mach ich mir mal ein Brötchen hin dazu. Eine Lootbox. Oh geil, ich hab einen neuen Skin. Für Lucio. Okay. Siehst du doch ähnlich. Ja, stimmt. Diese Folge wird gesponsert von... Moment, wo ist die Kamera? Oh, ist die Kamera? Bier. Diese Folge wird gesponsert von... Star Wars Schokololli. Mh, die schmecken lecker. Oh, lalala. Ist er nicht süß? Oh, lalala. Ist er nicht süß? Guck mal, jetzt hat er... Jetzt ist er Asterix. Ja, irgendwie hab ich... Geht los, Leute. Geht los, Leute. Geht los, Giga. Kommt, Leute. Einfach drauf, kommt schon. Einfach rauf, ihr. Ach, Quatsch. Bei mir ist mein Chicken vom Brötchen. Überhaupt nicht tot, ihr. Was ist ihr alle platt, ihr? Ja, dann töt mal ihr. Okay, wir verkacken das hart. Aber es ist ein Acker und ein Pferd. Fast kein Leben mehr und ich liebe mich nicht. Danke auch. Nein, fetter Moppel. So, ich hab mein Brötchen auch gegessen. Weil er ist schon wieder bei uns hier. Du machst uns immer, ähm, dein... Das Beste ist, dass der fette Moppel mit nem Haikopf Psycho-Killer heißt. Was ist das? Ah, fuck. Kamau, der Reaper hat seine Ulti für mich alleine gezündet. Mega nice. Hier entsteht er ab. Wow, hier ist der Soldier. Und da ist er tot. Du kommst zurecht, Yoda. Nö. Ich hab meine Ulti. Ja, hinter... Alter. Äh, es ist möglich, Giga, dass ich gerade deine... ...deine Tochter spiele. Ist das so? Eventuell. Unter Unterbeständen. Wer soll die Tochter sein? Maffara. Von Soldier und Anna. Ja. Oh. Ich glaube, ich kenne die Gruppe sogar. Die hab ich schon mal gespielt. Echt, ja? Ja. Ja. Ja, Psycho-Killer, Proxy... Ich glaube, wir sollten sie einfach gewinnen lassen. Einfach mal. Hast du das letzte Mal auch so verloren, oder? Ich fand das eh nicht. Oh, und some, ja. Egal, ich komm nicht zu dir. Egal, ich komm nicht zu dir. Egal, ich komm nicht zu dir. Au. Egal, ich komm nicht zu dir. Egal, ich komm nicht zu dir. Ich hab dich. Ja, tja. Dankeschön. Oh. Wieso mache ich hier die einzigen Kills? Weiß ich auch nicht, weil unser Soulchild einfach nicht so gut ist. I can't get no sleep. Was ist mit mir? Nichts, nichts. Hast du grad... Was? Alles gut. Ach komm, Mann. Das ist, das ist gemein. Ich geb mir Mühe. Aber ich weiß, dass es grad nicht meine beste Runde ist. Leider den Namen von dem gottgleichen. Ich kann meine Ulti nicht einsetzen. Ich kann meine Ulti nicht einsetzen. Ja, du bist gehackt von Sombra. Die Sombra ist hinter uns. Gefällt mir nicht. Aua. Aua. Der River ist fast tot. Ah, uh, ah. Die Sombra ist immer noch hinter uns. Achtung, Achtung, Leute, Achtung, Achtung. Ich bin tot. Nein, ich auch noch nicht. Ich hab gerade meine Ulti gezündet. Ich bin tot. Okay, guck mal, so macht das ein Soulchild. Alter, ich... Ich hör gleich auf. Ja, bitte endlich. Da können wir mit dem anderen Soulchild spielen, Mann. Was da? Ich kann nicht... Ich kann nicht rülpen, Liga. Wie gemein das einfach ist. Ich bin immer noch ein Anfänger. Ich bin ein ganz, ganz toller Soulchilder. Ja, ja. Ich bin ein ganz toller Soulchilder. Ganz ehrlich, Giga, wenn du ja jemand anderen spielen würdest, dann würde ich ja sagen, okay, aber du spielst Soulchilder. Der ist 0815. Ja, das geht nicht vorbei. Den müsstest du spielen können. Da kannst du nicht mehr ausreden. Guck mal, jetzt kannst du mal gucken so. Ja, ja. Da kannst du nicht mehr ausreden. Jetzt kannst du mal gucken. So. Und? Hast du aufgepasst? Der hat genau die richtigen Personen aus. Im Verkehr genommen. Ja. Oh. Du bist aber drin. Ja. 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 Ja, genau. Nö. Du bist so. Wer schützt mich denn die ganze Zeit? Oh. Alter, fetter Affe. Von hinten, ja. Ja. Und Soulja, bitte. Ja. Boah, Gehle. Das hast du schön gemacht hier. Wow. Ja. Mega. Ja, muss ich erst ein bisschen... Das war Klassik. Giga. Ja, komm, ist gut. Jetzt. Nein. Nein. Aber ich habe ihn eliminiert. Bevor er größeren Schaden anrichten konnte. Du hast dich selber getötet. Ja, aber es war halt so... Nein, nein. Das ist die Rakete. Wenn ich die Rakete direkt vor einem ins Gesicht ballere, dann habe ich eine hohe Chance, ihm massiv Schaden anzurichten. Aber sterbe halt selber. Aber ich glaube, während er seine Ulti hatte, war das trotzdem nicht schlecht. Also bin ich doch ganz zufrieden mit dieser Entscheidung. Fetter Moppel ist da. Ja, heil dich, du Fettwarns. Nein! Danke schön. Noch? Ich komm. Dann staubt er ab. Dann staubt er ab. Der Fett ist gleich da und der trinkt wieder was. Der trinkt schon wieder flüssiges Mett. Mettwurst? Ja. Flüssige Mettwurst. Mettwurst. Hier, hier, hier. Mettwurst aus der Flasche. Alter, stell doch mal was. Ja. Was war das? War eine wie dummein Kerl. Wir haben es ja gleich geschafft, Leute. Ich hatte alle im Visier. Ja, denkst du. Wenn du weitersuchst, wenn du schlecht spielst. Ja, geh nicht. Alter, was? Alter, was? Ich hab nichts gesagt. Das war im Spiel. Ja, genau. Das war im Spiel. War ne Voiceline. Bäm, 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 bäm. Irgendwas ist hinter mir, glaub ich. Mann! Genau dann trinkt er sein Zeug, ey. Mann. Sein Lebenselixier. Sein Lebenselixier. Gute Deutsche Werderweit. Was? Heal kommt, heal kommt, Leute. Hier kommt, die Maus. Oh nein! Das war klar, dass er riepert. Das ist einfach nur ein Nade-Spam. Das ist Soldier, genau. Ja, genau. Es ist wieder der Soldier. Hätten wir Master dabei, würde das alles ganz anders sein. Ja, weiß ich nicht. Hätten wir Master dabei, würde das alles ganz anders sein. Ja, weiß ich nicht. Jelly, was hab ich dir eigentlich getan? Ohne Witz. Was hab ich dir getan? Also von Herr Hirn erwarte ich's vielleicht noch, aber... Warum denn? Was soll das denn jetzt bedeuten? Ja! Sie war tot! Boah, Leute. Auseinander, auseinander. Das Rad kommt. Das Rad kommt. Nein. Meine Ultima, die war so knapp. Hinter dir, Giga, ist ein Tracer. Hinter euch. Oh shit. Hinter, hinter, hinter euch. Oh nein. Nein, nicht hinter uns. Nein! 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 Ja, 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 ja. Töte sie, töte sie, töte sie alle. Bitte, bitte, bitte. Oh mein Gott, oh mein Gott. Push the car, push the car. Nice. Push it, push it. Wir haben einen Weg. Brauch noch ein bisschen. Reaper von hinten, der macht bestimmt gleich wieder seine Ult. Der platziert sich. Reaper ist down. Okay. Haben wir, haben wir. Nein, Mei, Mei, Mei. Soldier, how many Ults did you do this game? Ja, warum? Ist das verboten? Ja, ist verboten. Du darfst nur maximal drei. the last one. Hei. 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 Nice. Woo. Yeah. Woo. Woo. Was hast du gesagt, guckst du. Bam. Und dann gleich noch einen. Jawohl. Und der haut wieder richtig kaputt hier. Jawohl. Und der Reaper kommt, der kriegst auch noch, oder? Ja, nice. Mega nice. Nice. Komm, ihr kriegt auch mal einen Call, ihr kriegt auch jetzt vielmals. Ja, ich krieg's auch so. Sehr nice. Leute, das war's mit Overwatch für diese Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank auch an Jelly, an Yodamilch, an Hirn, an Sal und an Aschente für's Dabeisein. Bitte. Und wenn's euch gefallen hat, dieses Chaos, dann Daumen nach oben dalassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder von Overwatch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsch euch was. Macht's gut, bis dahin, euer GigaGrevy. Ciao, ciao. Und bitte schreibt alle in die Kommentare, dass Mazda besser war. Und du musst das hier noch mit dazu schreiben, weil ich dir ins Wort gefallen bin. Deswegen kannst du's leider nicht wegschneiden, Chip. Doch, ich kann's wegschneiden.